Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Frau Farbenfroh. Ich bin Julia, ich bin 28 Jahre alt und ich bin alleinerziehende Mama von zwei kleinen Kindern. Svea ist jetzt zwei Jahre alt und Wins wird bald fünf Jahre alt. Meine Reise hier auf YouTube, die hat schon vor sechs Jahren begonnen und jetzt endlich bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt bin ich hier richtig, jetzt habe ich mein Thema gefunden, mit dem ich hier wirklich ganz ernsthaft Mamas weiterhelfen möchte. Weil ich war vor zwei Jahren an dem Punkt, wo ich wirklich, wirklich am Ende war, wo ich kurz davor stand, vor einer Depression und wo ich niemanden hatte, an den ich mich wenden konnte und ich habe mich da alleine herausgearbeitet. Aber ich möchte jetzt für andere Mamas dieser Mensch sein, der dir den Weg herauszeigt, aus der Krise heraus zeigt, der dir zeigt, wie du einen bedürfnisorientierteren Alltag mit deinen Kindern leben kannst, wie du nicht nur Mama sein kannst, sondern einfach auch die Frau, die du bist. Das zeige ich dir hier auf meinem YouTube-Kanal mit meinen Videos. Mich findet ihr aber auch auf Facebook mit einer ganz, ganz tollen Community, wo es immer wieder ganz tolle Challenges gibt. Ihr findet mich auf Instagram und ich habe auch einen WhatsApp-Verteiler, wo ihr in unregelmäßigen Abständen Sprachnachrichten von mir bekommt, mit Input, mit Übungen, mit Ideen, die euch einfach so zum Umdenken anregen sollen. Wenn ihr da Interesse habt, findet ihr die Links alle unten in der Infobox. Ihr könnt euch auch im Einzelcoaching von mir als Mama Coach coachen lassen. Ich unterstütze euch da ganz individuell auf eurem Weg. Oder ihr nehmt einfach auch mal an meinen Gruppencoachings teil, die monatlich unter einem ganz bestimmten Thema stattfinden. Da sind wir dann immer eine Gruppe von maximal drei Mamas und mir. Wir sehen uns alle über Skype und wir haben zwei Coaching-Sessions im Monat. Jede Session geht ungefähr eine Stunde und kostet euch 47 Euro. Aber diese Information bekommt ihr dann auch immer wieder auf meiner Facebook-Seite oder auch hier in meinen News-Videos. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß hier auf meinem Kanal. Ich freue mich über euer Like, über euer Abo und eure Kommentare.